Wer von euch will denn das erste Lebensrettungspärchen sein? Amanda? Wednesday? Ist das dein Badeanzug? Ist das dein Überbiss? Also eine von euch wird das Ertrinken der Opfer spielen und die andere ist dann die hoffentlich erfolgreiche Rettungsschwimmerin. Ich bin bitte das Opfer für dein ganzes Leben. Ich werde einmal Schauspielerin. Brava! Also Amanda, spring rein, schwimm ein bisschen und fang dann an zu ertrinken, ja? Hilfe! Hilfe! Ich ertrinke! Hilfe! Ich sterbe gleich! Ich kann nicht schwimmen.